Holy Diver! Ein sehr besonderes Spiel. Es ist so besonders, dass ich das Spiel nicht alleine spielen möchte. Ich habe nämlich an meiner Seite meinen Bruder Sparex. Hallo! Er hat Interesse gezeigt und ich finde es cool. Wir schauen uns das Spiel jetzt gemeinsam an. Viele Informationen habt ihr aus meinem Unboxing-Video entnommen. Das, was du jetzt noch nicht weißt, die Firma Irem, die das Spiel damals entwickelt hat, hat auch The Guardian Legend entwickelt. Oha! Das heißt, ich erwarte jetzt Gutes. Viel Gutes. Außerdem, das hatte ich dir aber auch schon gesagt, das Spiel ist eine Referenz an die Rockwelt von damals irgendwie. Neben Holy Diver, was ja ein Album, das Debütalbum von Dio war, und den vier Hauptcharakteren, die benannt wurden nach einigen Musikern, gibt es wohl auch noch andere Referenzen. Okay. Die findest du vielleicht eher als ich? Hei! Hei! Da wird ja mein Können gefragt. Ein bisschen. Ich weiß noch nicht wie viele. Ich habe von zwei, dreien gelesen, aber ich glaube, da sind noch ein paar mehr drin. Okay, ich sage dir, wenn mir was auffällt, sage ich Bescheid. Ja, ich bitte drum. Du hast gesagt, du kannst es ein Singleplayer. Das stört mich ehrlich gesagt gar nicht. Wir wechseln uns ab, weil das Spiel soll auch noch knackenschwer sein. Das heißt, wir schauen einfach mal, was uns hier erwartet. So, ich drück mal Start. Erste Stage, Noroi no Kyokai. Es ist angeblich ein Castlevania-Clo. Ich vermisse gerade die Peitsche für ein Castlevania-Clo. Was mich ein bisschen wundert ist, dass dieses Spiel niemals Japan verlassen hat. Es muss also irgendwo Gründe haben, oder? Ja, es gab ja wohl auch extrem... Damals gab es ja viele Gründe, warum man das Spiel nicht verlassen hat. Guck dir zum Beispiel mal Super Mario The Lost Levels an. Weil das so schwierig war, ja! Ja eben, das war ja das originale Super Mario Bros. 2, glaube ich. Ja. Und ja, das hat Japan nie verlassen, weil es für Europäer wohl zu schwer war. Na gut, das könnte jetzt mit Holy Dive auch passieren. Fuck. Und ist es zu schwer? Und jetzt kein Castlevania-Clo, weil die Herzen geben tatsächlich Leben zurück. Na gut, dass die Gegner respawnen, das kennt man ja auch. Ja. Ich bin halt sehr überrascht, dass das Spiel jetzt nach fast 30 Jahren nach seinem Bestehen einfach nur Re-Release bekommen hat. Original-Cartridge. Also... Kann man das sagen? Original? Also ich finde es halt immer noch beeindruckend, wenn halt wirklich irgendwelche Firmen noch so NES-Cartridges herstellt und die dann noch tatsächlich spielbar sind. Es gab den ein oder anderen Fall, den ich nicht mal mitbekommen hab, aber das ist so der erste, den ich halt jetzt tatsächlich mitbekommen hab. Das ist schon extrem cool. Das hab ich grad aufgesammelt. Das macht das alles egal. Aber du hast da irgendwie so N-Points unter deinem Leib. Oh. Oh. Das muss jetzt wohl Magic sein. Ich hab bisher noch nicht Pause gedrückt. Ich drück mal auf Pause und guck mal nachher. Ich hab Twinfire eingesammelt. Aha. Du hast ja wahrscheinlich zwei Points. Ich hab jetzt Select gedrückt. Aha. Ich hab jetzt Select gedrückt. Aha. Twinfire. Okay. Uh. Das ist schmackhaft. Oh Gott. Das ist äh... Es gibt ja eine unglaubliche Flut an Gegner. Das ist nicht so cool. Scheiße. Aha. Die geben zwei zurück. Oh wow. Hallo. Ich geb noch meinen Controller ab. Du darfst gerne mal gucken. Okay. Die Steuerung ist ziemlich fluffig. Läuft ziemlich gut. Fluffig. Du hast ein bisschen mehr Erkontroll als im Kessel. Uff. Also. Das ist schon kein mehr. Das ist schon kein Klon hier. Das ist schon richtig gut. Uff. Das Gegner Pattern. Nicht verstanden. Aber sie drehen um. Die haben keinen Pattern. Das ist das, was mich hier aufregt. Ja. Ich bin übrigens das Cross dann wieder sehr Metal. Könnte das ein Album, kann man von irgendwann zeigen. Ich bin mir da nicht sicher. Aber möglicherweise. Wie geht es jedes Metal-Album-Cover sieht so aus? Vielleicht. Ich strackelte da auch. Oh. Da wollte ich jetzt Twins teiern einfach. Ich glaube, ich glaube, man darf so Magic da nicht irgendwie sparen. Ich habe nicht gesehen, dass ich sie noch drin hatte. Oh. Leben. Scheiße. Und das ist wieder weg. Das war so klar. Was hast du? Das braucht unglaublich viel Mana. Ja. Zwei. 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 durch die macht richtig spaß ich ja oder mein gott was gab diese zeit aber sich über die medusa köpfe aufgeregt ich kann doch auch ich werde ich kann das nicht sie konnte die fange von vorn haben kein problem vielleicht macht es genau so nicht anders funktioniert funktioniert ich habe eine taktik ja so scheiße gebaut hat doch funktioniert muss er denn eine taktik ändern wenn es geht ja es gab es ja jetzt raus und was von leidem als ein kummer als alt was das dann verstehen weiter ich habe gedacht jetzt ist es geschafft uns das extra leben die wussten dass das spiel schwierig ist ich will raus hier jetzt ist das kostet was ist denn ich meine ex muss er gehen raus der hat mich nur zweimal getroffen ich war tot also bist mit einem leben so easy weit gekommen da ist ich darf direkt ja von nice macht das mache ich oder sie ist ja dein ex sprecht euch aus ich habe nichts weiß wirklich okay okay das ist ein kopf treffen ja ja super oh man da laufen wir einfach weglaufen das wird schon funktionieren abends der jamm kommt dann weglaufen ja ist das nicht blöd wenn es funktioniert das wäre schön wenn er sterben würde solange er jetzt nicht plötzlich seine taktik ändert so ist ja alles easy mein Gott hat er viel leben ich wünsche er hätte so eine lebensanzeige anders fehlt ein bisschen ja meine rede nice cool first try also dein first try nicht meiner wir sind ein team wir sind beide gut holy shit neboli-diver oh was sollst you get blizzard sweet sowas zu segoku ich finde schön wie gut ich das ins englisch übersetzt haben das ist blizzard das ist jetzt blizzard ich glaube das muss so genau starten mit 10 ja jetzt mal gucken oha ist das ein freeze timer nice dann brauche ich einen twinshot halt nicht ne nö oh wie viel und wie lange freestyler denn alles klar oh okay wenn die flügel kommt kann ich mich nicht bewegen ja ehrlich oh das sieht gut aus kann man das denn sehen das bleibt dann glaube ich noch also komm ich auch gar nicht ich bin gleich hoch so aah oh ich befürchte das oh doch ist halt wohlschalt nur noch häh? wie kommen wir denn da rüber? ich will mal nur was ausprobieren du du okay wow das war jetzt nicht das was ich ausprobieren wollte ich dachte ich könnte den Gegner freezen um den dann drauf zu springen aber das ist ja das ist ja megaman nein das heißt man braucht dieses fucking mal oh super oh scheiße sowas war gut was war das für die länger als ich sag mal wenn naaa oh scheiße du musst kaputt schießen ach scheiße ja hab ich nicht gesehen oh das ist nett das ist sehr nett sehr fair da oben ist das da außer eklig ich weiß nicht was es war oh das ist das Background scheiße nein 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 oh nice one uff voll mal ja ich habe ein bisschen leben hier trock mal leben warum nicht warum nicht gut dass er nicht so springen kann ich weiß noch nicht ob ich gegner berühren darf wenn sie gefließt sind wir erst mal auf nacht das ist wo das geboren geht dann ist ich denke ich habe nicht ewig viel machen ich konnte nicht gegensteuern ich konnte ich steuern los das ist aber ein dick oof friehst du doch einfach warte mal das steht gar nicht oh öde oof what kann mir die Tränen einfrieren oh nein oh gott jetzt darfst du die ganze stage noch mal machen egal du warst gut darin das machst du sehr gut ehrlich ist ok ok wie wärs wenn wir nach jedem continue einfach switchen weil dann verliert man halt den spleen nicht den flow so verstehst du ja verstehe und ich glaube es geht halt auch schnell ok wir wechseln nach jedem continue so bleibt da unten eingefroren für alle zeiten wenn du daumen gehst dann kommst du halt in den nächsten screen weil das finde ich eigentlich schon sehr fair ich meine gute screens alleine die sind halt super tough klar aber das ist halt du dann da weitermachen kannst beim letzten spring wo du aufgehört hast wo du gestorben bist ist schon ziemlich gut ja das ist fair ja also ich habe ja fortversorgte trotz zu schießen selbst mir aber auch aufgefallen dass du vorher auch so ein Viehschandrack gemacht hast wegen weil sie nicht warum denn ich doch gar nicht nein ja und das war halt der job ja aber mit dem first trial zum last screen schon ziemlich gut schon ziemlich gut schon ziemlich gut schon ziemlich gut okay und da frage ich mich was man da machen soll soll man da die tiers einführen vielleicht wenn man da rüber laufen zu können ich glaube nicht dass es geht aber wir probieren es mal mal nein der jump ist halt super bitter aha du bist ein smart yes smart as smart as fuck much mega-marm yes aua mhm full life mehr als full life so richtig full full oder was so gut aus ich will es haben weil ich befürchte ich komme da nicht hin ich habe zu wenig jetzt könnte ich gerade nein du Peller ja es gibt sogar extra hier es macht extra es hat wow das ist gut sehr gut ich hoffe da ist jetzt kein Abgrund das wäre echt scheiße geh weg oh ja ich habe ein Problem an der Stelle ah drück einfach alles ah er fließt nicht das war so klar ja danke dafür oh nein das ist ein weiterer Dinos oh moni what der hat jetzt was gemacht oh oh wow okay der screen ist super stirb fuck yes nein oh Gott pfff ist schon weit ich geh mal runter oh oh noes ich wette mal dass ich ihn nicht friezen kann warte oh oh ist das bitter nooo my turn my turn your turn stage 2 Sumutsu Utsu der live erweiterungs nein ist nicht mit drin in Cotinio shit egal was jetzt ich wurde gebellmont ich wurde gebellmont ich wurde gebellmont ich wurde gebellmont scheiße ach man ah ja ich kippe hier auch nochmal eben aus nice also es geht halt wirklich erworben sagt man dazu ja und da haben wir in der Anspielung auch eine andere Band gefunden jetzt wo ich es gerade gesagt habe erworben ich spiele euer Kackspiel nicht mit damit das klar ist nice und du Sponsor von der Wand ja oh nein oh das habe ich voll vergessen nein ich bin zu ich habe eigentlich keine Lust weiter zu machen also nicht mit dem einen Leben aber ich muss auch bloß zum Boss kommen und ihn töten ja ja es geht schleppen nein ah ich dachte ich könnte ein Showtop machen es tut mir leid aber ich wollte es einfach mal ausprobieren also ein Showtop ist halt wirklich nicht drin das heißt den muss halt wirklich platt machen ja also musst du und ich weiß nicht warum du mich dazu jetzt überredet hast so blöd zu spielen ja ich weiß auch nicht Gott die sind so gut die sind halt richtig scheiße ich weiß nicht was es so ist aber die sind kacke ich könnte in der Anleitung nachgucken was das für Viecher sind ok gleich zu gleich zu also diese roten Kackviecher also diese roten Kackviecher also diese roten Kackviecher Blob oh wow es droppt mich zu hochkommt haha warte nice sehr gut nice 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 ffff dann einfach vorbei ab dem nächsten Scream scheißegal ja scheiße damage oh shit schade aber ich habe erst hier das erste Leben verloren fuck das ist also ziemlich gut bisher so kurz gucken ob hier irgendwas ist kann ich irgendwas machen nö dann brauche ich jetzt runter und töte den Boss ja wir sind ganz ungefähr messig scheiße raus auch alles raus das hast nice sehr geil oh shit easy und dann sofort das Ding schon wieder aufgesammelt Alter, der Speedrunner ist real, Albert. Nice. Oh nein. Neue Power. Ja, mal gucken, hört direkt. Break Breaker kostet auch 10. Das muss jetzt aber der Shit sein. Oha. Ich werde ein Bosskiller werden. Nice, okay. Fuck that. Fuck that, fuck you. Fuck you, oh. Oh nein, oh egal, war ein neuer Screen. So weit, so gut. Ich bin halt jetzt nachher nur gespannt, ob der Extender bleibt. Oh scheiße, da sagst du was. Komm ich da rein? Naja, so nicht. Schade. Geh ich halt runter. Oh, Stiefel. Nice, halt so ein Boot. Oh, ist tatsächlich halt so. Cool. Ist sehr gut. Weil ich nämlich sehr freundlich da reingekommen bin. Nice. Fisch. Fisch dich, du Fisch. Alter. Warum frähst du nicht ein? Bist du blöd? Scheiße. Ich glaub so, die roten Gegner so, so wenig eigentlich. Oh mein Gott. Man, verpiss ich, du Fisch. Fisch. Wie soll ich den jetzt gekillt? Nicht, dass mich das stört, aber mich wundert's. Ja, gerade. Tschüss. Was, was? Ich will's haben. Ist mir scheißegal. Kik es. Nein. Das war mein letzter, ne? You died. Lol. You died. Ich hoffe mal einfach, dass wir wirklich viel Kontinuus haben. So, ne, weil wir merken. Aber das werden wir dann sehen. Okay. Ist der Extender drin? Yes. Yes. Gott sei Dank. Aber dass die... Doch, die muss... Bloß die Stiefel noch. Das ist ja geil. Das ist mir nicht vorne aufgefallen, als wir... Diese Krone aufgesammelt haben, ne? Oder dieses Diadem. Genau, die war halt auch nicht mehr da. Stimmt. Wobei ich nicht weiß, was das Diadem macht. Das ist eine andere. Es gibt uns die... Erstmal die Eigenschaft, dass wir überhaupt Blöcke zerstören können. Ah, da bin ich umso vererankter, dass ich das nächste Item nicht eingesammelt hab gerade. Das wäre ein Mana Extender gewesen. Nice. Ich möchte dich eh nicht kaputt machen, Mann. Also, fuck ihn. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, ne? Oh, fuck. Der hässliche Fisch ist interessant. Der wird sehr und seine hässlichen Kackkinder da, ey. Ja. Fick dich um. Stimmt, du Eselpopmer Kackfresser. Komm jetzt. Das Stück Scheiße von Fisch. Kann ich eigentlich eh... Ja, cool. Nice. Kann einfach kombinieren. Ah, fuck. Oh, fuck. Oh, mein Mana. Ja, genau, dein Mana. Das ist auch 10 kostet, ist einfach mal frech. Aber das ist die beste Karten. Ich hab gar keine Karten. Nein. Ich hätte, wenn ja, wärst du jetzt gestorben, übrigens. Das war jetzt auch gerade mein Nein-Ausbruch eigentlich. Nein. Komm, fuck euch und eure Fisch. Oh, das ist doch... Ich rass so ausgleichen. Nein. Das war nicht zurück. Fick sein. Fisch. Und warum sterbt ihr denn nicht? In der Rest von eurer Kackse. Um's acht. Nice. Danke für gar nichts. Oh, fuck you. Oh, fuck you all. Nein. Oh, mein Gott. Jesus fucking Christ. Nein. Oh, das friert einfach nichts mehr ein. Das ist super. Oh, Gott. Und was sind das denn für Schüsse. Bleib, bleib, bleib. Nein. Du Hund. Du Schweine. Hund, du Wichs. Fuck. Oh, Mann. Ich mach das. Ich mach das. Kein Ding. Das ist schwer. Danke, Japan. Soll das? Hätten wir das Spiel nicht für euch behalten können? Oh, Stress einfach. Oh, das ist so stresslos. Boah. Wenn das Spiel nicht so gut wäre, hätte ich die schon längst ausgemacht. Ja, es ist halt wirklich gut. Das ist brutal schwer, klar, aber das ist trotzdem gut. Jetzt mach ich doch nicht aus. Nein, bleib doch weg. Mach ich aus. Oh nein. Oh nein. Ich brauch da mehr Taktik, glaub ich. Das funktioniert so nicht. Ne. Mehr Geduld. Mehr Geduld. Unsere neue Lieblingskeken, der heißt übrigens Float. Das ist schön. Eigentlich müsste man warten, bis der angerusht kommt. Find mal ein bisschen was heraus über die. Er schmeißt vier Fische, bevor er angerannt. So. Drei. Vier. Und dann dash er auch nur nach vorne. Das ist gar nicht so hart. Das ist halt... Das klingt jetzt ein bisschen blöd, so, was ich sage. Aber das ist vielleicht doch schon so ein bisschen Dark Souls-Kram, weil du musst halt die Gegner halt auch ein bisschen studieren, damit du weißt, wann du halt eine Chance hast anzugreifen. Und dann sind halt die Herzen gegen Aunten überhaupt kein Problem mehr. Eins. Zwei. Und hier. Und okay. Oh mein Gott, du hast das safe. Du hast wahrscheinlich safe. An der Stelle. Ja. Okay, das ist aber auch gut. Das ist zumindest ein schöner Sweet-Spot für die Situation hier. Weil die hat mich ja auch einiges an Life gekostet. Ich wünsche dich hätten mehr Life jetzt. Wow. Und der chargt dann nach vorne, als gäbe es keinen Morden mehr. Fischfucker. Mach mich fertig. Fisch mit den Fische. Oh, wow. Die Wildschaut bleibt. Warte mal, dass du nicht respawnst. Oh, das ist so eine Mutter. Wow. Guck mal, ein zweiter. Oh, du noch. Nein. Du noch ein Sohn. Deine Mutter ist so eine dreckige einfach nur, ne? Die, die... Fuck you, beide. Fuck you. Yes. Bitch. Warum ist mein Standard schon so weak? Ich finde es auch nicht gut, dass er nicht fullscreen geht. Ja, wenn er übrigens fullscreen gehen würde, dann wäre mir das ja egal, wie schwach der ist. Schaffe ich auch ohne. Oh Mann, ich dachte, ich hätte schon wechseln. Weil ich wollte so richtig schmackhaft sein und so richtig witzig und so. Das hat halt einfach nicht funktioniert. Solange er jetzt an Petter nicht ändert oder so. Jetzt sind wir auf die nächste Stufe kochen. Also gerade jetzt wäre das jetzt nicht mehr nötig gewesen. Und schon passiert es. Oh mein Gott, ich komme noch nicht. Oh Mann, ich will doch noch eine Ebene weiter runter. Oh mein Gott, ey, das war fair. Oh Mann, der Extender. Ich brauche aber ein Leben, Extender und Mist. Nein, den will ich nicht. Ich schwöre, die ist mir einfach so in die Hose gegangen. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh! Erst den, dann fucking hell. Den. Und dann weg. Und dann den. Und den. Den Jungelein! Es geht schon. Schaffe ich das. Warte. Trim. Yes. Ich sitze völlig verkrampft hier. Easy extra Leben. Komm mal runter jetzt. Tja, das ist natürlich ein super Punkt. Und jetzt? Ja, wenn sie fliegen, ne? Oha! Das mache ich mir jetzt super gut. Das kann ja jetzt nicht sein. Trust! Trust, was ist das? Trust! Nein, geh da doch hoch! Was ist denn hier los? Geh da doch hoch! Du fucker! Warum ist er denn da nicht... Du bist stuck, Alter! Ach, du wirst ein blödes Ding! Und scheiße! Ja, weißt du... Das ist halt jetzt richtig gut. Nein! Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr wie immer schon. Was ist da hinten leidt nichts denn da rum? Mann, ich find die Lücke nicht! Ich hasse aus gleich! Ich werd richtig mad! Piss dich! Stirb! Hör auf zu hüpfen, du! Oh nein! Ein flüchtes Stück Scheiße! Ey, ich hasse aus. Oh, Böde! Ja, das war's. Nein! Mann! Das ist doch... Das ist doch zum Kotzen! Was soll'n' die Scheiße, ey! Oh fuck you, ey! Du hast dich so gut gehalten, ey! Äh, irgendwann... Boah, ey, da wurde ich jetzt eigentlich getriggert. Hast du es gesehen? Och, Mann! Oh! Aber jetzt hab ich alles von dir abgeguckt. Das wird jetzt easy. Warum geht das Level so lang? Warum ist das denn so ein Munterficker-Game? Weil ich glaub, ich wurde so ultra-nervous, als du sagst, oh, da hinten ist Live-Extender. Und dann ist der Pad da einfach zwölf, weil ich mal meine ganzen Scheiß-Kack-Dinger da wirklich... Ja, das hat er richtig gut Scheiße gemacht. Oh, ja, ich hab aber auch richtig gut kein Timing gehabt, so. Tearstone 4... Ey! Das ist die nächste Metal-Referenz. Oh-oh. Ah, Fisch! Scheiße! Nein! Oh, jetzt weiß ich, warum der so kacke ist, der Gegner. Nein, der ist wirklich blöd. Was? Wo kommt der? Oh, nein, nein! Warte, das ist eigentlich voll gut. Ja, weiß ich noch nicht. Der ist jetzt weg, aber... Das ist jetzt... Ah! Einfach so ein zweiter Fack-Face-Fisch. Oh, nein. Nein! Die Invincibility ist einfach zu kurz. Scheiße! Nein! No! Oh, nein, nein, nein! Oh, nein! Yes! 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 Progress! Fuck, yeah! Oh, nein! Wie viele Screens hatten dieses fucking Level? Wie viele Screens hatten dieses fucking Level? Oh, nein! Oh, nein! Oh. Oh, toll. Ah, das ist widerlich gemeck. Nein! Hier, du bist dran. Das Level ist unglaublich lang. Leck mich am Arsch. So schwer ist das gehen gar nicht. Ja, ja? Ja. Alter, kackfickf! Alter! Kack-Screen ist das doch hier, ey. Brustgrenze bald erreicht? Nein. Nein. Easy. Shit. Shit, ich treff den nicht mal so, ey. Der schießt auch in einem ganz anderen Pattern als sonst. Danke, Origin! Das ist doch stressig. Oh mein Gott! Okay. Wow! Okay, okay, okay. Wie viel Leben haben wir noch? Zwei Stück? Okay, ja. Nicht schlecht. Schneller! Die Knoten so. Ach mal. Scheiße. Ey, ich hasse das. Das geht mir doch zum Kotzen. Das ist doch super scheiße. Habe ich gesagt. Habe ich gesagt. Nicht das scheiße, sondern das ist unglaublich schwer sein soll. Du guck dich doch, Mann! 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 Du guck dich doch einfach unten fest! Du bist innerlich schon tot? Oh, ey. Das war jetzt einfach super kacke. Ich duck mich, er steht auf! Mist. Ich werde ja selten getriggert von Invertengames, aber das hier fackt mich einfach grad richtig ab, ey. Du bist so ne dreckige Bitch! Mann, lass mich doch da raus! Wo bist du? Er ist weg! Er ist einfach weg! Sehr gut! Ich verprache noch einmal einen Break an und dann muss. Ach Mann, ich warte auch noch darauf, dass ich einmal breaken kann. Fuck Scheiße, ey! Mein Gott! Weil ich die ganze Zeit gewartet habe auf diesen blöden Breaker-Moment, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich diese blöden Kak-Tentakel nochmal platt machen können. Ich hasse einfach komplett aus. Ich hasse alles an diesem Spiel. Fick mein Leben einfach. Nice. Ich mach das schon. Ich mach das. Ist easy. Ach, verdammt! Die sind ja so niedrig. Er spielt so übelst wie so ein Pro die anderen. Und dann komm diese Scheiße. Ja, wie weit willst du noch? Und das Spiel glitscht auch noch rum. Was ist hier los? Was passiert? Ist das der ultimative Mittelfinger, der nach oben wagt? Oh Mann! Oh Mann! Ich wollte gerade sagen, einer nach dem anderen bitte! Nein! Warum kam der so weit? Was war so gut ohne? Ja! Mann! No! Geh mal her! Ey! Aus drei Kilometern entfernt meinte er mich anschaffen zu müssen. Und trifft! Warte, ich hab gesehen wie du das gemacht hast. Ich weiß jetzt fettern und alles. Ich kann das jetzt kosten. Mann! Was bin ich mit dem fucking Breaker denn so gut? Hahahaha! Voll ehemann! Wenn wir das emulieren würden, hätten wir selbst da jetzt mal. Ich weiß auch nicht warum ich die Spiele original spielen will. Die Idee ist doch... Gehindert! Ist dumm! Ich verbrenne meine Sammlung. Ich bin nur noch emuliert. Ich verbrenne meine Sammlung einfach. Aha! Ich hätte mir fast gedacht, dass die Bubble... Mann! Die Bubble halt auch so ein bisschen Damage macht. Die Charge Bubble. Das heißt, man könnte eventuell relativ nah an den Gegner ran. Ich wollte es jetzt auch nochmal testen. Das hat mich jetzt einfach viel Mana gekostet. Mana, was ich brauch. Oh! Oh! Mann! Das ist halt echt keine... Nein! Ja und jetzt komm ich halt da nicht mehr weg. Das ist halt... Ach warte, ich muss noch da. Komm! Komm! Ja! 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 Ich glaub ich schaff's. Ich glaub ich kann's. Ich glaub ich kann's. Oh dumm! Aha! 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 Easy! Ich hab noch alle drei Leben. Was ist los hier? Ah! Ah! Oh, stirb bloß! Ich im linken Screen bin wieder raus! Ja gut, das ist... Das ist jetzt egal. Oh! Mein Gott! Ich werde das... Ich werde dem Ross jetzt mal die Geld haben. Besiegen einfach. Ich zeig dir, wie das geht. Bitte! Uff! Uff! Wenn du das nochmal so hin kriegst und das Ding gleich einfach tot ist. Äh, dann flippe ich selber aus. Jetzt muss es... Hallo! Shit! Shit! Okay! 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 Ich werde das jetzt zu legen. Ist der Breaker denn auch drin? Ja, der ist drin! Shit! Aber wie soll man den... Kack denn... vernünftig ausweichen? Das Ding ist doch vorhin eiskalt kaputt gegangen dabei! Okay! Nice! Oh, so easy! Dieses Scheiß-Gang kann mir meine Eier lutschen einfach! Sehr gut! Fuck! Das, gell! Ja! Das war die letzte Sache! Ich bin ein richtiger Gamer einfach! Mann, ey! Das war nicht die letzte Sache! Ja! 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 Die Hälfte jetzt! Ja! Overdrive! Hälfte des Spiels und wir haben jetzt fast zwei Stunden! Nice one! Cool! Kost 16! Wow! Ich hoffe, es bleibt halt auch für immer! Schade! Aber es ist cool! Ist mir scheißegal wie vielen die es kostet! Wow! Was war das? Ja! Das Viech da! Du bist doch halt echt scheiße! Ja gut! Toll! Dann darf ich das neue Level mal... an festen! réfle Yahoo! Unkug UseANE! Oh Gott! Es ging mir jetzt aber ein bisschen so der Arsch auf Grund als solches! Also, das war aber ziemlich, ziemlich gut! Nein!!! Ich glaube, ich freeze wieder. Die ersten Meter mache ich in Overdrive. Du kannst ja, glaube ich, auch kombinieren. Nein, das ist weg! Oh, schön. Oh nein! Oh ja! Das ist gut, das ist fair, das ist nice. Das ist mein Ding jetzt. Den muss ich auch leider enttäuschen, aber ich glaube, ich bin durch. Das letzte Level da, das hat mir halt wirklich alles gekostet. Willst du nicht nochmal das vierte Level hier antasten? Das ist richtig gut, das macht Spaß. Das ist richtig gut. Ich hatte mit dem dritten schon genug zu tun. Das war doch wirklich schlimm. Oh, tschüss! Was? Ich lebe noch. Nein! Das klingt doch einfach nicht! Fucking A. Vielleicht spiel ich es irgendwann mal durch, aber wow. Aber ich muss sagen, es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Es ist aber wirklich brutal schwer. Das ist echt heftig. Ich kann nicht. Ich werde nie wieder so weit kommen. Okay, ja. Das war Holy Diver. Ja. Ziemlich gutes Spiel. Ziemlich herausfordernd. Heftiges Ding. Aber ich bereue den Kauf nicht. Und ich finde es schön, dass es seinen Weg nach Europa gefunden hat. In einer Re-Release. In einer wunderschönen Collectors Edition. Ja. Sehr schön. Ja, danke fürs Mitspielen. Gerne. Danke fürs Zusehen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tudlo. Fuck das denn. Schmeiß es weg einfach. Ja. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Scheiß Collectors. Fuck. In an euch hätten sie schön ist es. Dämon.